Also beides ist für sich genommen dramatisch, aber der Media Ownership Monitor ist, glaube ich, das spannende Projekt gerade. Wir haben über neun Monate hinweg die größten Medienmarken uns angeguckt in Deutschland und herausgefunden, wer die Eigentümer sind. Und um das gleich vorweg zu nehmen, ja, viele sind bekannt, aber da sind trotzdem ein paar Überraschungen hervorgekommen. Was genau habt ihr euch angesehen? Wir haben uns angeschaut, natürlich im Handelsregister und in anderen Datenbanken, wie die Beteiligungsstruktur der Konzerne oder der Unternehmen hinter den Medienmarken sind.